Ich bin schon dabei. Ich gehe nach oben. Ich kämpfe hier unten. Oh, da ist ein Sniper oben. Da oben müssen wir hoch. Den Sniper kriege ich. Hier müssen wir lang, oder? Ja, wir müssen erstmal hier durch. Oh, da kann ich weiter. Hey. Ah, ja, ja. Oha. Ah, jetzt One-Hitst du alles. Das ist ja langweilig. Du One-Shot ist sowieso fast alles. Du musst nur wissen, wie. Ja, Headshot. Zum Beispiel. Ah, er. Der Boss. Ja, solange es nicht so wie Deathstalk aus Batman ist. Keine Sorge. Der Hai ist hier ineffizient. Das heißt... Ich werde hier aufgeschossen. Ich bin tot. Ja, ja. Macht nicht so, dass du quasi unendlich leben mit mir. Sag ich doch. Ich sag ich doch, dass ich hier sterbe. Ähm. Ich bin tot. 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 Du hättest hier einen Finish haben können. Gut, dann nehme ich die Minigun. Ich schieße. Was wo ist der? Nein, ich schieße. Wo ist der Typ hier? Ist der Typ tot oder haben wir ihn besiegt oder was? Ja der ist tot, wir müssen jetzt hier weiter. Du hast ihn auf easy gestellt, natürlich haben wir ihn besiegt. Auch. Das waren glaube ich meine. Aha, so schießt man damit. Einfach irgendwie rein zielen. Ich geh schon nach oben. Ich kann mit der Waffe nicht ran. Du kannst, es ist nur nicht schnell. Sieht lustig aus. Ja. Was ist das für eine Musik die hier läuft? Moment, dann muss ich mir kurz lauter machen. Spiel pausieren. Ja, ja, ich weiß schon. Dann muss ich mir die Musik und alles gerade ein bisschen lauter machen. Dann mache ich die Geräusche einfach ein bisschen runter. Das ist gerade eine russische Musik. Irgendjemand singt auf russisch. Ich komme auch. Ah, hier. Hier wird geschossen. Aha. Ja, das waren fast Gegner. Ja. Der Gesang passt ganz gut zu dem, wie wir hier rumhopsen. Nicht schauen die umbringen. Nee, das sind nicht schauen die. Das ist die Bösen. Jetzt habe ich sogar auch manchmal Musik. Ich habe gerade russischen gesangt. Irgendjemand singt hier gerade auf russisch. Dann habe ich die Musik aus oder was? Das muss ich jetzt nochmal kurz... Hast du scheinbar. Musik? Nein. Ist an. Hä? Bei mir singt hier gerade jemand auf russisch. Komm, lass weiter spielen. Nein. Vielleicht habe ich die einfach nicht. Ich kann gerade nicht singen. Äh, ich kann gerade nicht rennen. Singen kann ich auch nicht. Geh du schon mal vor und mach die Mission für uns. Kann ich nicht. Du bist der Host. Ich muss sie durch. Ich bekomme, was ich kann aus dem Computer. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich hier. Das war ein schönes Werkzeug. Äh, nein. Nicht auf den PC schießen. Zu spät. Wir müssen beschützen. Das war ein schönes Werkzeug. Oh, hier stirbt gerade einer. Ich ballere. Oh, wir haben Scharfschützen. Jetzt nicht mehr. Nö. Verhacken. Wir müssen den Computer hacken. Äh, ja. Und sie ist fast durch. Ich habe sogar noch Munition in der Minigun. Ich habe es. Gehen wir. Okay. Ja. Nimm Powder aus. Aufs Korn geschafft. Sehr schön. Sechstausend. Nice. Kann ich mir gleich wieder was leisten. Oh, jetzt haben wir die Waffen noch nicht, oder was? Äh, nö. Die Minigun ist. Nur zeitweise. Jetzt. Jetzt habe ich sogar auch Musik. Ich muss nur wieder leiser machen. Hör mal auf das Spiel zu pausieren. Es tut mir leid. So. Steck mal ein. Steig ein. Ne, ich kann nicht. Na doch, jetzt. Sehr schön. Okay. Dann steigen wir mal ein. Das belgische Problem. Nächste Mission. Hauptkontide Sands. Auf geht's. Oh, das stimmt sich gut. Da kann ich die Limo gleich einlagern. Die habe ich nämlich noch nicht. Die wird aber bei mir gespeichert, oder? Die wird bei mir gespeichert. Bei mir aber auch, oder was? Äh, nö. Aber ich kann, ich kann dir kurz, äh, die dann spawnen und dann... Ich kann dir auch allgemein meine ganzen Fahrzeuge mal übergeben. Ich kann dir auch, ich kann dir auch allgemein meine ganzen Fahrzeuge mal übergeben. Das wäre nicht schlecht. Wobei ich da gar nicht so viele hab. Oder ich sammle mich selbst. Musst du nicht machen, ich muss die selber sammeln. Ja, aber die Limosine kannst du schon mal geben. Ja, die ist scheiße recht. Ich habe die noch nie in dem Spiel gesehen, und ich spiele das seit Jahren. Ich hab die, ich hab schon fünfmal gespielt. Diese Limosine bin ich ja schon öfters gefahren. Das ist gar nicht selten, ja. Ich hab übrigens, ich hab gerade übrigens unbegrenzten Nitro. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, oder nicht. Dann sollst du mir die wirklich zum Sprechern geben. Ja, aber es scheint ein Pakt zu sein, aber es ist cool. Sieht zumindest cool aus. Ich fuhre mir dann noch eine Putzmaschine, wenn wir da sind. Wie meine ich dann auf dem Weg sehe? Ne, sind schon da. Also die Putzmaschine habe ich safe. Jetzt fahren Carport rein. Ich bin ja schon dabei. Ich steck mal aus. Damit, da mussten wir ja gleich wieder... Ich muss gleich mal neu spawnen, damit ich dann nochmal... Oh, ich hab sie scheinbar schon. Dann lass mich sie reinfahren. Ja. Bitte einmal reinfahren. Die Frontscheibe war eh kaputt. Okay, wo muss ich sie hinfahren? Äh, einfach auf den gelben Schlüssel. Auf das Symbol. Ist hier keiner. Ah, doch. Oh. Okay, und was von... Irgendwas wurde geladen gerade. Ja, ich bin gerade aus Versehen in die Mission gelaufen. Ah, okay. Nichts mit Limo. Ah, das ist ein bisschen groß für dich. Gib mir die verdammte Schlüssel, Pierce. Okay. Okay, lass uns den Scheiße geben, was zu ihm kommt. Nice. Bei dir sieht es wahrscheinlich cool aus. Das sieht echt cool aus. Meinen Charakter passt auch super ein. Meiner passt farblich wirklich gut rein mit der Militärhose. Weil meine halt ernsthaft aussieht. Ich meine, das passt halt super. Als wäre es vorgesehen. Nehmen wir das oder... Ne, ich will meinen Panzer nehmen. Können wir meinen Panzer nehmen oder... Ich nehme das hier. Ah, das ist die Limo. Oh, Moment. Das ist die Limo. Die hat eben Spaß. Ah, ich liebe solche Bugs. So, wo kann ich jetzt die... Wo kann ich jetzt mein Auto nehmen? Kannst du jetzt hier grad nicht, weil wir in der Mission sind. Ach so, schade. Dann müssen wir ein herumstehendes Auto nehmen. Ja, wie gesagt, deshalb das so oben. Nehmen wir die Limo oder was? Nein, ich glaube, die wohnt jetzt hier. Dann müssen wir das Lidane nehmen oder was? Hier das Lidane. Das ist mit der Limo. Ich glaube, das ist moderne Kunst. Kannst du nicht auch mal fahren oder? Äh, kann. Kann ich, klar. Dann steig drauf. Warte. So, drin. Dann gehe ich auf den Rücksitz. Alles klar. So, was hin. Da was hin. Würdest du bitte alle Begleiter mitnehmen? Danke. Sind die jetzt alle drin oder? Ja. Oh, ich kann mit jeder Waffe schießen hier. Nice. Nice. Oh. Ich kann wirklich mit jeder Waffe hier schießen. Das ist ja supergeil. Kannst du wirklich? Ich aber gerade nichts. Der war gut. Ja. Bin safe wieder gelandet. In GTA hättest du jetzt Punkte für gekriegt. Au. Cheats hast du aber keine aktiviert, oder? Nee. Bin doch kein Cheater. Ich meine, die Cheats im Menü. Nee, Cheats gibt es bei mir nicht. Ja, die vorhin verletzt sind auch ziemlich langweilig. Au. Lechter Arm. Zum Beispiel, dass du die ganze Stadt mit Zombies infizieren kannst. Das ist ganz cool. Ich will das hier halbwegs seriös angehen. Okay, also nur die Viertelstadt mit Zombies infizieren. An dem Punkt in dem Sinne ist das, glaube ich, passiert. Moment, ich mach das. Komm ich mal durch. Oh! Das war der Hai. Ich komm hier durch. Ich glaube, der LKW ist tot. Ist mir wurscht. Wir sind gleich da. Ja. Das war der Hai. Was ist mit dem Kollegen hier los? Steht im Weg. Was ist denn mit den NPCs hier los? Keine Ahnung. Ich hatte schon einmal im Stream einen, der ist auf einem Auto rumgelaufen. Da habe ich mir gedacht, was zum Henker? Ja gut, das passiert. Wir sind hier wirklich ziemlich random, die hier. Übrigens, das hier ist die Schallkanone, die ich gerade habe. Ah, schön. Ich bin dran vorbeigefahren. Ich bin dran. Hier muss ich hin. Hier rein. Tötet die Haarfenlochen. Ja. Fühlst du? Du hast mich gerade zweimal überfahren. So, hier. Waffe auspacken. Kanate Stufe 4. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte Oh ne, ist der jetzt hier dazwischen gebackt, oder was? Ich weiß nicht, was bei dir los ist. Ich bombe hier alles. Oha, da ist ein großer Moddy. Schön, ich wollte jetzt erstmal den hier killen. Ich glaube, der große ist tot. Ich habe Respekt 10, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, die Waffe mag ich nicht. Die Waffe mag ich. Ist der tot? Ich glaube, es sind alle tot hier. Aua. Ah, Granaten kill. Und wo bist du jetzt? Da, wo wir hin müssen. Ich habe hier einen LKW. Müssen wir da hin, oder? Ja. Bombe scharf machen. Die Bombe ist scharf. Wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, die Mission fertig zu machen. Okay, steig ein. Nein, wir müssen die Mission machen. Oh, okay. Okay. Ähm, na dann. Komm. Ah, das ist mein Begleiter hier. Sehr schön. Ich lade hier gerade schon rein. Wir haben wirklich relativ viel Zeitdruck. Das ist nicht leicht, die Mission hier in 15 Minuten zu machen. Na dann los. Au. Ich bin tot. Guck du hier. Aber ist das einer von uns, oder was? Keine Ahnung. Ich trete jedem hier in die Eier. Egal ob er welche hat oder nicht. Und da oben ist noch einer. Da müssen wir hin. Hier. Ich weiß. Da müssen wir auch hin. Oh, Vorsicht. Die Tanks an der Wand. Die Tanks hier an der Wand. Ja, die können hochgehen. Du hast nicht geworfen. Entschuldigung. Oh, das ist der Große hier. Ja, Moment. Was ist noch mit dem Großen? Der Große ist für dich. Äh, du musst den Großen kümmern. Ich bin hier. Der Große ist für dich. Na toll. Komm. Weiß drauf. Ja, ich mach mal einen halben Schaden. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich bin fast tot, Molly. Na gut. Ich bin so gut wie tot. Alles gut. Oh. Okay, tot. Nur in 30 Sekunden. Wiederbelebung nötig. Ich muss mich mal wiederbeleben. Danke. Du bist tot. Ich nehme mal kurz den Flammenwerfer. Wie macht das? Nice. Ich habe einen Flammenwerfer. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Da oben müssen wir hin. Äh, wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Jetzt lernen wir gleich jemanden kennen. Ah ja. Okay. Katzen? Ja. Bester Charakter im Spiel übrigens. Na dann. Wenn du den magst, dann... Na ja. Ich finde den super. Ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Es gibt einen Warnoft für schwingen Abteilen. Ja. 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 Ich bin trotzdem stark genug, um zu töten Philippe zu töten. Ah ok, Philippe freigehen. Ja. Der ist jetzt bei uns. Kann der sich noch etwas anziehen? Nicht in dieser Mission. Du willst etwas Kleid, Mann? Nicht in dieser Mission. Ah ja. Man. Wie ich gesagt habe, letzte Mal einen großen Nackten Mann. Wir haben jetzt einen großen, starken, nackten Mann. Einen Russen genau genommen. Das macht sich besser. Okay, hier lang. Einen Nachten. Einen großen, nackten Russen. Einen großen, nackten, nackten, nacken Russenam. Einen großen, nackten. Und groß, nackten russen. Ich bin an ihm dran. Einen großen, nackten Russen. Nackten Russen. Genau, wie du es hast? Oleg kindllow. So, was hast du getan? Toll, du kannst grubeln in einen Kuschel? Ich denke es ist bestens für unsere Freundschaft. Ich habe nie zu überrealisiert. Na dann, hier, los. Wo bist du, Modi? Ich laufe mit dem Flammenwerfer. Der ist schwer. Ah, da sind wir. Ah, das ist der Boss vom Anfang. Von der ersten... Von der allerersten Quest. Das ist ein Express-Elevator für die Basis. Es gibt keinen Weg, um dich zu treffen. Ich hüpfer. Ich auch. Ich bin gespannt, wie das jetzt läuft. Wir hängen beide dran. Wir hängen beide dran. Du hund nicht oben. Oh, nice, ich hab meine Laserwaffe. Ich sagte, du unten. Ach so, ich unten. Unten ist nichts. Ah, okay. Unten war eben was. Oh oh. Das ist der Plan. Ist die Bombe oder was? Nein, das ist der Kronleuchter. Das ist ein heftiger Kronleuchter. Oh, er hat was an. Nein, das ist ein anderer. Das ist einer von seinen Klonen. Das ist der Kronleuchter. Du hast doch gehört. Keine Zeit. Ach so, jetzt müssen wir ihn kehren. Haben wir soeben. Mit dem Kronleuchter oder was? Ja, die Kugel. Die sind voll rauf, der ist jetzt weg. Ich sehe keine Leiche. Ich sehe keine Leiche. Ähm, was willst du? Willst du dauerhaft Bargeldbonus oder Respektbonus haben? Bargeld. Ich brauche Bargeld. Also Bargeldbonus ist es. Nee. Du entscheidest. Bargeld. Ja, dann nimm den Bargeldbonus. Wo? Wo muss hin? Das steht doch oben. Geld ist Bargeldbonus und oben. Und rot ist Respektbonus. Entschärfe die Bombe oder zerstöre das Gebäude steht dort. Ja. Was willst du machen? Entschärfen oder zerstören? Äh. Das, was geht, bringt's. Dann such du aus. Das ist dein Spielstand. Was muss ich machen? Such dir eins von beidem aus. Ähm. Entschärfe die Bombe. Du hast entschärft. Und was bringt das jetzt? Das ist der Geldbonus oder was? Der Rausfeldbonus. Der Rausfeldbonus gibt das. Okay. Geil. Ja. Übrigens, wenn du die Nachrichten im Spiel hörst, dann hörst du, dass auch noch Wochen später diese Kugel durch die Straßen rollt. Hm. Sehr schön. Und Leute umbringt. Und Leute umbringt. Ich brauche Geld in diesem Spiel. Ja. 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 Kannst du Zivilfahrzeuge fernsteuern. Den hast du noch nicht. Den hab ich. Den hab ich grad bekommen. Du findest Oleg jetzt. Findest Oleg im Telefonmenü deines Handys. Okay. Den können wir jetzt als Verbündeten. Können wir jetzt als Verbündeten wollen. Ganz 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 hoffen. Sehr schön. Der fährt dann wird uns im Auto mit. Der breite. Ähm. Nur bei den Lieferwägen. Aber ansonsten. Der kommt überall hin mit. Der springt dann einfach durch die Stadt. Aha. Stillwater, Richard, Fumes. Irgendwas. Ja, jetzt kommen die richtigen Bosse. Das war das Tutorial, was du gerade gespielt hast. Ah, sehr schön. Ah, er ist mit dabei. Eine Riesenschere. Die wirkliche Riesenschere. Oh, okay, ein Maskierter. Wie gesagt, das sind jetzt die richtigen Bosse. Also, einen Attentatsauftrag habe ich schon mal versucht zwischendurch. Da hatte ich auch schon mal irgendjemanden... Das habe ich nicht geschafft. Ich glaube, da habe ich meine eigenen Leute gekillt. Das ist nicht unwahrscheinlich. Und da habe ich verkackt. Dann bin ich gestorben. Ist das der Boss oder was? Ja. Mach die Brücke kaputt. Das sind viele Raketen. Mach die Brücke kaputt. Exakt. Oh... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.